Sandra Hüller ist eine deutsche Schauspielerin. Leben und Werk Hüller wuchs in Oberhof und Friedrich Roder auf. Während ihrer Schulzeit besuchte sie den Theaterkurs der Schule und nahm später an Theaterworkshops teil. Nach dem Abitur in Friedrich Roder studierte sie von 1996 bis 2000 an der Hochschule für Schauspielkunst, Ernst Busch, Berlin. Nach Abschluss ihres Schauspielstudiums war sie von 1999 bis 2001 Ensemblemitglied am Theaterhaus Jena und dann von 2001 bis 2002 am Schauspiel Leipzig. Der Jena-Adramaturg Oliver Held empfahl sie dem Theater Basel, wo sie ab der Spielzeit 2002, 03 bis zum Sommer 2006 dem Ensemble angehörte. Von 2012 bis 2015 gehörte sie zum Ensemble der Münchner Kammerspiele, 2018 wechselte sie ans Schauspielhaus Bochum. Gastengagements führten sie an die Volksbühne Berlin, das Staatsschauspiel Hannover, das Theater am Neumarkt Zürich, das Theater Freiburg und das neue Theater Halle. Sie spielte außerdem 2008, 2015, 2016 und 2017 bei der Ruhr Triennale und 2018 bei den Salzburger Festspielen. Seit 2016 gehört Hüller außerdem dem Freien Theater Kollektiv Fahn, Kollektiv an. Auf der Theaterbühne verkörperte Hüller Z. B. 2009 in dem Tanzschauspiel vor Love die Rocksängerin und Witwe von Kurt Cobain, Courtney Love. Im Prater der Volksbühne Berlin spielte sie im selben Jahr in Virgin Queen die Königin Elisabeth I. Das Stück unter der Regie von Claudia Bauer war ein Solo mit Hüller und drei Musikern sowie zahlreichen Puppen, die von den Musikern gespielt wurden. Ihre erste bedeutende Filmrolle hatte Hüller 2006 als Michaela Klingler in Hans Christian Schmidts Film Requiem. Für ihre Darstellung der an Epilepsie erkrankten jungen Frau wurde sie mehrfach ausgezeichnet. 2008 stand sie für Max Ferberböcks Verfilmung von Anonyma, eine Frau in Berlin vor der Kamera. Weitere bedeutende Projekte waren unter anderem die Spielfilme Brownian Movement und Toni Erdmann, der im Wettbewerb der Internationale Filmfestspiele von Cannes 2016 vertreten war. Im selben Jahr wurde Hüller für den Part der Ines Konradi mit dem Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin ausgezeichnet. Nachdem sie 2017 neu in die Akademie der Künste gewählt worden war und 2018 im mehrfach preisgekrönten Eröffnungsfilm der Berlinale, in den Gängen, die Hauptrolle Marion gespielt hatte, wurde sie 2019 in die Wettbewerbsjury der 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin berufen. Im Juli 2020 veröffentlichte Hüller das Mini-Album »Be You Own Prince«, das aus selbst komponierten Songs besteht, die sie mit dem Berliner Musiker Daniel Freitag aufnahm. Sandra Hüller lebt mit ihrem Lebensgefährten in Leipzig-Plagwitz und Bochum und hat eine Tochter. Auszeichnungen 2003, Nachwuchsschauspielerin des Jahres, der Zeitschrifttheater heute für die Rolle der Julia in »Romeo und Julia« und für die Rolle der Dora in »Die sexuellen Neurosen unserer Eltern« 2005, Bayerischer Filmpreis »Beste Nachwuchsdarstellerin« für die Hauptrolle der Michaela in »Requiem 2006«, Preis der deutschen Filmkritik als »Beste Darstellerin« 2006, Silberner Bär der Berlinale als »Beste Darstellerin« für ihre Hauptrolle in »Requiem 2006«, Deutscher Filmpreis in der Kategorie »Beste darstellerische Leistung« »Weibliche Hauptrolle« für ihre Rolle in »Requiem 2009«, Ulrich Wildgruber-Preis 2010. Schauspielerin des Jahres in der Kritikerumfrage der Zeitschrifttheater heute für ihre Rollen in »Parsival« am Schauspiel Hannover und »Virgin Queen« an der Berliner Volksbühne 2011, Jurypreis für besondere Einzelleistung, beim Festival des deutschen Films für »Über uns das All« und »Braunien Movement« 2011, Darstellerinnenpreis für »Über uns das All«, Festival du Cinema Européen en Esson 2011, Darstellerinnenpreis für »Über uns das All«, Festival du Film de Valenciennes 2011, »Histerra«, für die beste Darstellerin für »Über uns das All«, Festival du Film de Saint-Jean de Luz 2011, Preis der deutschen Filmkritik als »Beste Darstellerin«, für »Über uns das All«, 2012, Preis für Schauspielkunst beim Festival des deutschen Films 2013 zu 3, Sattpreis beim Berliner Theatertreffen 2013, Schauspielerin des Jahres in der Kritikerumfrage der Zeitschrift »Theater« heute 2014, Deutscher Filmpreis in der Kategorie »Beste darstellerische Leistung«, »Weibliche Nebenrolle«, für ihre Rolle in »Finster World« 2016, Europäischer Filmpreis für Toni Erdmann 2017, Bayerischer Filmpreis 2016 in der Kategorie »Beste Darstellerin«, für Toni Erdmann 2017, Deutscher Filmpreis in der Kategorie »Beste darstellerische Leistung«, »Weibliche Hauptrolle«, für ihre Rolle in Toni Erdmann 2017, Aufnahme in die Berliner Akademie der Künste 2019, Schauspielerin des Jahres in der Kritikerumfrage der Zeitschrift »Theater« heute für ihre Darstellung der »Pentesiläa« 2019, Gertrud Theisoldring für ihre Rolle als »Hamlet«, am Schauspielhaus Bochum 2020, Theaterpreis »Berlin« 2020, Schauspielerin des Jahres in der Kritikerumfrage der Zeitschrift »Theater« heute für ihre Darstellung des »Hamlet« 2020, »Bundesverdienstkreuz am Bande«. Jörg?? Jörg